Willkommen bei einem neuen Let's Play. Ich spiele mit euch heute Discworld 2, vermutlich vermisst. Das ist eins meiner ehemaligen Lieblingsrollenspiele, ne, da sage ich hier Rollenspiele, Entschuldigung, Point-and-Click-Adventures, und zwar basiert Discworld 2, wie soll das anders sein, auf dem Discworld- bzw. Scheibenwelt-Roman von Terry Pratchett. In Discworld 2 werden einige, ja, ganz besondere Bücher, einige meiner Lieblingsbücher umgesetzt, nämlich Alessense, Voll im Bild und Lords and Ladies. Ja, das sind Bücher, die ich, ich weiß nicht, seit jetzt gut fast 20 Jahren immer wieder hoch und runter lese. Und, äh, ja, das Spiel dazu fand ich es in meiner Jugend großartig. Es kann sein, dass es jetzt etwas schlecht gealtert ist, äh, der Humor vielleicht auch ein bisschen oberflächlich war. Ich habe es jetzt auch schon, sagen wir mal, seit 10 Jahren nicht mehr gespielt. Ich weiß deshalb auch nicht mehr genau, wie alles ist. Und ich wollte jetzt einfach mal hier reingucken. Es hat relativ lang gedauert, bis ich das hier einigermaßen mit der Scam-VM zum Laufen gebracht habe, aber jetzt sollte es eigentlich gehen. Wir gehen ganz schnell auf Spieloptionen. und schauen da, dass wir den Untertitel eingeblendet haben. Okay, Untertitel wird eingezeigt. Ja, so. Geschwindigkeit Untertitel. Ja, ich denke mal, das ist gut. Und 3, 2, 1, neues Spiel. Der Typ hier ist übrigens der Tod, ähm, und ist einer der, ja, durchgängigen Charakteren. Und der kommt eigentlich so gut wie in jedem Discworld-Roman vor. Und auch in ein paar Nicht-Discworld-Füchern von Terry Badgett. Das übrigens ist der kleine Rattentod. Und hier, glaube ich, oder vielleicht ein komisch aussehendes Gemüse. Und er zeigte ihr die, die, die Pastinake. Oder vielleicht eine Gurke. Und hier kommen Rinswind und der Bibliothekar. Der Bibliothekar ist übrigens da, der Oranguton. Und dann erinnere ich mich nicht mehr. Wie nennt man etwas, das kurz und schlau ist? Uck. Äh, hat irgendetwas mit Knochen zu tun, glaube ich. Uck? Nein, beide haben damit nichts zu tun. Man könnte sagen, dass die Worte Hand und Fuß haben. Hahaha. Aber das meine ich nicht. Uck, Uck. Jetzt fällt's mir ein. Markig. Die Worte des Liedes. Sie sind markig. Äh, was für ein Lied? Warum rirst du dauernd von Liedern? Hey, was war das? Uck. Da drüben beim Parkplatz für Eselkarren. Uck. Nein, da hat sich wirklich was gerührt. Lass uns mal nachsehen. Uck, Uck. Nein, es ist nicht gefährlich. Das Spiel hat doch erst begonnen. Man kann uns noch nicht umbringen. Komm, vertrau mir. Uck. Uck. Ich will mir die Sache doch nur mal ansehen. Ziemlich mieser Arbeit. Ich glaube, ich kann das Ding entschärfen. Uck. Uck. Fast eine Katz-Astrophe, wie? Keine Sorge, Kumpel. Uns bleiben noch neun Minuten und sieben Sekunden. Weißt du was? Wir könnten den Apparat von hier fortschaffen. Oh Mist. Kein Esel weit und breit. Du könntest ziehen. Uck. Schon gut. Schon gut. Offenbar müssen wir es auf die traditionelle Weise erledigen. Blablablabla. Blablabla. Blablabla. Es ist übrigens etwas komplett untypisches für Rencement. Ich glaube, sollten den grünen Glaskolben drehen. Der klassische Rencement aus den Büchern wird die Bombe sehen und sofort. Nois trennen. Glaskolben. Erinnerst du dich an den Zwischenfall im Forschungstrakt für hochenergetische Magie, als ich den gelben Kolben drehte und alles in die Luft flog? Na bitte. Deshalb drehe ich hier den roten. Uck. Habe ich grün gesagt? Nun, ich meinte rot. Uck. Wir können es so machen, wie du willst. Uck. Ich bin mir ganz. Uck. Bist du soweit? Wirst du diese Dinge nicht vermissen, wenn keine Spiele mehr programmiert werden? Fehlt dir dann nicht was? Ich drehe jetzt den Glaskolben. Na bitte. Siehst du? Oh oh. Oh oh. Nimm die Katze. Platz da. In Deckung. Das ist eine wunderschöne Anspielung auf Little Wetten. Und damit ist auch die Discworld-Saga populär geworden, weil sie sehr viele Anspielungen auf unsere normale Welt hat. Und das Spiel hier hat sehr viele Anspielungen auf Filme. Wenigstens hat man das Animationsbudget erhöht. Uck. Natürlich ist das eine gute Sache. Es bedeutet, dass man bei der Geschichte gespart hat. Nicht wahr? Vermutlich gibt es nicht mehr so viele verrückte Rätsel, bei denen es um irgendwelche Dinge geht. Ähm. Entschuldigung. Ich meine natürlich clevere Herausforderung für die Fantasie des Spielers. Vertrau mir. Ich habe das alles schon einmal erlebt. Mehr als einmal. Eine Sufferland-Burnett-Produktion. Basierend auf den Scheibenweltbüchern von Terry Pratchett. Auch ein wunderschönes Lied. Das erinnert auch ein bisschen, ja, die Szene an, ja, Monty Python, was auch nicht ganz verkehrt ist. Das liegt nicht daran, dass einer der, ja, Sprecher von, ähm, Discworld 2, nämlich, äh, des Hauptcharakters von Rincewind, durch einen ehemaligen Monty Python, nämlich Eric Idle, ähm, gesprochen wird. Und der hat auch den Song dazu gemacht. Ein anderes, ganz berühmtes Lied von ihm ist übrigens, Always look on the bright side of life, aus das Leben des Brian. Was, ja, hm, wohl eins der berühmtesten Lieder von Monty Python ist, wenn man mal von kanadischen Baumfällern und so weiter absieht. Und da gibt's dann auch im späteren Spiel, glaube ich, noch eine kleine Szene, die an das Leben des Brian erinnern soll. Das ist das, 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 All of them are here, and they are completely dead. So dead, das ist das, das ist das, das ist das, No more headaches, no more pain, of the millions who died, No one came back to complain You can't take it with you You can't keep what you've got So why not just lie back And simply rot Just simply rot It's so cool, it's hot Mitwirkende bei Saigonis Deutschland Ich glaube, die ganzen Namen brauche ich nicht vorlesen, die seht ihr ja selbst. Das sind übrigens die Zauberer der unsichtbaren Universität bei ihrer Lieblingsbeschäftigung, Essen. Meine Herren, werte Kollegen, liebe Zauberer! Gut geschluckt ist halt verdammt. Hoch die Tassen! Lass die Luft aus den Bechern! Einen fröhlichen Silvester wünsche ich und gut geflutscht! Danke! Kollegen, wir haben uns heute hier versammelt, um von einem bald verblichenen Kameraden Abschied zu nehmen, den Zauberer Windle Poons. Huah! Guter alter Windle! Schick uns eine Ansichtskarte aus dem Jenseits! Drei Zwei Eins Null Was das Wichtige ist, Zauberer wissen genau, wann sie sterben. Arsch! Nichts! Nichts! Was für erledigt, hoffe ich! Na schön! Beerdigung um halb drei, eine halbe Stunde später Getränke und Schinkenröllchen im großen Saal. Hey, was geht hier vor? Und das soll guter Service sein? Ich bin tot, jawohl! Ich verlange fortgebracht zu werden, in ein besseres Leben, so wie es der Vertrag vorsieht. In meiner Zeit war alles anders. Damals starb man richtig, nicht so wie heute. Er behauptet nicht tot zu sein. Ich bin tot! Aber ich kann mich noch immer bewegen! Nein, das kannst du nicht! Du machst dir was vor, und nur dir allein! Hm... Er sieht tot aus! Außerdem riecht er tot! Nun, das war immer so! Ich schätze, mein Wort zählt hier überhaupt nicht mehr, wie? Ich kann doch nicht tot sein, wenn ich noch spreche, oder? Hör mal, alter Knabe, von jetzt an gehst du offiziell als verstorben. Deine Meinung zählt nicht, weil du tot bist! Oh, guter Hinweis! Nun, dann bleibe ich einfach hier sitzen und warte, oder? Vermutlich dauert's eine Weile! Äh, wie ist der Tod eigentlich? Siehst du weiße Lichter? Tunnel? Junge Frauen mit Harfen? Ja, bitte! Ich nehme zwei! Nein! Wenn dies der Himmel ist, dann bedauere ich zu meinen Lebzeiten nichts Sündiges angestellt zu haben! Was passiert mit mir? Offenbar ist dein Körper tot, aber die Seele wohnt noch immer darin! Ich will hier nicht den Rest meines Lebens nach dem Tod verbringen! Ich habe ein hartes Leben hinter mir, Erzkanzler! Ich verdiene ein bisschen Paradies! Ich habe darüber gelesen! Junge Frauen und Wein und was weiß ich! Hey! Dein Leben ist vorbei! Es steht dir nicht zu, dich darüber zu beschweren und es gehört sich erst recht nicht, dass du an Dinge wie was weiß ich denkst! Wer ist dafür verantwortlich? Wo ist Tod? Ich finde das schamlos! Eine Seele darf nicht einfach so an einem toten Körper festhängen! Warum denn nicht? Es ist unhygienisch! Hey! Da stehen Speisen auf dem Tisch! Er darf dem Essen nicht zu nahe kommen! Sonst kriegen wir Ärger mit dem Gesundheitsamt! Stimmt! Reiß dich zusammen, Wendel! Du darfst hier nicht verwiesen! Ich muss dich auffordern, diesen Ort zu verlassen! Schlimm wird's, wenn man nicht mal friedlich sterben kann! Ewige Ruhe! Von wegen! Nein! Das lasse ich mir nicht bieten! Ich suche mir ein hübsches, flaches Grab! Und da laufen schon wieder die Toten! Übrigens ein schöner Übergang zu meinem letzten Adventure Let's Play! The Walking Dead! Hier haben wir nun The Walking Dead Wizard! Diese Dinge häufen sich in letzter Zeit! Renzwind! 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 Ah! Renzwind! Da bist du ja! Nun, du weißt sicher, dass in der Stadt seit einer Weile seltsames geschieht! Ich meine damit das plötzliche Verschwinden von Tod! Was? Es stirbt niemand mehr? Och, die Leute sterben, aber ihre Seelen werden nicht fortgebracht! Wir sind tot und gleichzeitig lebendig! Das ist auch mit dem armen Wendel geschehen! Es ist unsere Pflicht, Tod zu finden und zurückzuholen! Dazu brauchen wir deine Hilfe! Wir müssen den Ritus von Aschdente durchführen! Bestimmt hast du eine Liste der geheimnisvollen Ingredienzen, die ich nun besorgen muss! Was? Woher weißt du das? Weil es ein Adventure ist! Es war nur eine schlimme Ahnung! Na schön! Was soll ich besorgen? Nun, die Sache ist sehr dringend! Deshalb begnügen wir uns mit dem absoluten Minimum! Wir brauchen drei gleich große Stöcke und vier Kubikzentimeter Mäuseblut! Sicher dauert es nur einige wenige Minuten, diese Dinge zu beschaffen! Sollen wir wetten? Äh... Was ist denn noch? Nehmen wir mal an, dass wir mehr benötigen als nur das absolute Minimum! Es liegt mir natürlich fern, dir zu widersprechen! Ich plane nur für die Zukunft, das ist alles! Nun, der Rest ist nur Firlefanz und so! Immerhin handelt es sich um einen Todesritus! Du weißt ja, wie es dabei zugeht! Glitzern und schimmern in der Luft, Leichengeruch aus dem Grab! Und hübsch tropfende Kerzen! Solche Dinge! Und das alles brauchen wir nicht! Stimmt genau! Aber wenn wir sie hätten wäre es natürlich nicht schlecht! Nötig sind nur die drei Stöcke und das Mäuseblut! Hier scheint man nie seine Ruhe zu bekommen! Ah, gleich können wir das erste Mal! Die Sache mit dem Ritus! So, jetzt können wir das erste Mal spielen! Dieser glitzernde Cursor da, das ist meine Mauszeiger! Und dann können wir uns jetzt erstmal die einzelnen Sachen anschauen! Ich würde mal sagen, wir fangen mal... In den Speisesal sind wir ja gerade gekommen! Gehen wir mal zum Forschungspakt für hochenergetische Magie! Die übrigens den weltgrößten und modernsten Computer ihrer Zeit hat! Hex! Der Computer! Reden wir einmal mit... Scass! Jetzt ist die Frage, wie rede ich mit Scass? Scass! Hm... Der gehört zu den Leuten, die in der Freizeit mit Scass was zu tun haben, als Familienfotos zu sortieren! Okay, rechter Klick ist anschauen und linke Klick ist eigentlich... Ah, okay! Ich muss auf den Kopf klicken! Gut, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Scass zu reden, Scass zu befragen... Äh, hallo! Ah, ja, genau! Ja, ja, unbedingt! Äh, und du bist? Scass! So lautet er! Mein Name! Ja, genau! Oh, hübsch! Ein guter Anfang für den Dialog! Was machst du hier? Ja, was ich hier mache? Äh... Beantworte einfach nur die Frage! Nun, äh, ich... weißt du, ich versuche es herauszufinden, ja! Ich meine, was sind wir eigentlich, wenn man, weißt du, die Sache aus der, äh, kosmischen Perspektive sieht? Ja! Was? Was? Was machst du hier? Oh, nun, weißt du, ich arbeite an einer neuen magischen Maschine, die Dinge ausarbeitet. Darum geht es ja um das Ausarbeiten von Dingen. Und um sie auszuarbeiten, zerkleinert die Maschine Zahlen. Erstaunlich! Wie heißt sie? Nun, wir nennen den Apparat Hex. Warum? Nun, in Dinge ausarbeiten Genre muss alles einen Namen aus drei Buchstaben haben. Liegt es vielleicht daran, dass du keine längeren Worte verstehst? Was? Wenn ich dich ansehe, gewinne ich den Eindruck, dass Worte mit drei Buchstaben zu lang sind. Wie bitte, ich verstehe nicht. Ach, das überrascht mich sehr. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, das war ein normales Dialog, jetzt tun wir hier das hier wählen. Für so etwas werden heutzutage die Forschungsgelder verplempert. Was ist dein Erz oder der Sarkasmus? Hey, du brauchst nicht gleich, du weißt schon, aus der Haut zu fahren und so. Mit dem Geld habe ich überhaupt nichts am Hals. Darum kümmert sich Kevin. Er weiß, wie man mit dem Universitätsrat reden muss. Kevin? Wer ist Kevin? Einer meiner Forschungsassistenten. Er ist ein wirbelloser Politiker. Er ist ein wirbelgeradloser Politiker, meinst du wohl? Wahrscheinlich, dass er ein wirbelgeradlos kann. Wirbel auf drei Grad los. Kevin ist nämlich ein armer Sohn und wohnt im Reagenzglas dort drüben. Geh jetzt fort. Ich kann hier nicht den ganzen Tag rumstehen. Das ist nur zu, zu anstrengend. So, dann stellen wir Ihnen mal eine Frage. Was sind das für kleine Krabbelbiester, die hier überall rumlaufen? Es handelt sich um, äh, Ameisen. Ameisen? Ja, Ameisen. Ausgestattet mit Beinen und aus dem Kopfragenden Dicken. Ich bin mir der Existenz von Ameisen durchaus bewusst. Ich möchte Folgendes wissen. Warum laufen Sie hier vor allem in einer komplexen mathematischen Maschine? Ah, genau darum geht es in meinem kleineren Plan. Weißt du, als wir den Wings planten, wurde uns schon bald klar, bei so vielen neuen Dingen und so lassen sich Fehler im System, auch Bugs genannt, überhaupt nicht vermeiden. Das würde bedeuten, dass sich die Anwender laufend beschweren. Immer dann, wenn der Apparat nicht richtig funktioniert, während die Reden vor allem im Park und so. Und deshalb hast du einen ganzen Ameisenhaufen darin untergebracht. Das ist wirklich sehr intelligent. Ja, weißt du, wir dachten, wenn wir gleich zu Anfang alle Bugs hineinstopfen, dachten wir, dass es später kein Platz mehr für sie. Schlau, was? Wirklich erstaunlich und so prophetisch. Ja, genau. Übrigens reden wir jetzt nicht mehr von Bugs, sondern von Käfern. Wenn es zu einem Problem kommt, sagen wir, es ist kein Fehler, sondern ein nicht dokumentierter Käfer. Das ganze System basiert auf den Ameisen. Sie laufen mit der Maschine herum, öffnen kleine Tore und schließen sie wieder. Sie laufen in kleinen Rädern, weißt du, schaufeln dabei Informationen von einem Ablagebehälter an den nächsten. Es funktioniert wirklich gut. Da bin ich mir nicht so sicher. Was halten die Ameisen davon? Oh, offenbar gefällt es ihnen. Wir haben festgestellt, dass alles gut klappt, wenn wir lebendige Geschäfte hineinstecken. Neulich haben wir es mit einer Maus versucht. Richtig schnell wurde die Maschine, als wir sie mit Widder luden, an der Grenze und schon nach kurzer Zeit sich herauszustoßen. Hast du jemals, soll ich mich ausdrücken, Armeisen verloren? Seltsam, dass du das erwähnst. Neulich verlor ich 100 meiner besten. Eine schreckliche Sache. Tagelang war die Maschine richtig entgegen. So, dann haben wir hier noch einen Geistesblitz. Ich bin zwar fest davon überzeugt, dass es einen guten Grund für diesen ganzen Unsinn gibt, aber manchmal ist es besser, nicht zu viel zu wissen. Ich möchte mich nicht einmal beklugen, alle nützlich erscheinenden Dinge zu nehmen und dann von hier zu verschwinden. Togen nehmen, Tür öffnen, hachst nach den Zwergwerfen, früher war alles viel. Was ich unbedingt in der nächsten Folge machen muss, ich muss ein bisschen die Toneffekte runter schrauben, weil jetzt hier zum Beispiel das ist viel zu laut. Dann gehen wir los damit. Okay, schauen wir uns noch mal ganz kurz Hacks an. Wir haben noch zwei Minuten. Das wird dir nicht helfen. Okay, eine wichtige Sache, bevor wir hier Schluss machen, ist noch Druhe. Druhe ist aus intelligentem magischem Birnenholz geschnitzt und hat die Eigenschaft, dass sie selbst denkt und uns überall hin folgt. Wohin wir auch wollen. Sogar in manchen Büchern in andere Paralleluniversen. Hier dient uns Truhe als Inventar. Das heißt, wir klicken da draus und dann sehen wir, was wir haben. Wir haben bis jetzt alles den Ritus voran. Und da sehen wir, was wir brauchen. Wir brauchen eben das Mauseblut. Wir brauchen die drei Stücke und natürlich, falls wir es haben, den Geruch, den Glitzerstaub, die Kerzen und dann können wir totbeschwören. Übrigens nicht Ankente, sondern Aschente. Ich verwechsel das immer mit Ank Moorpog, der Stadt, in der das Ganze spielt. Okay, danke. Ich komme jetzt wieder hier raus. Ah, so. Gut. Ich glaube, es lohnt sich jetzt nicht mehr, großartig mit den anderen Herren hier zu reden. Deshalb mache ich jetzt hier eine kleine Pause und wir sehen uns dann im... ... ... ...